Hallo Leute, heute wollen wir uns mal ein altes, verlassenes Kinderheim anschauen. Wenn ihr wollt, wird dabei und kommt mit. So, es wird immer besser. Da oben ist es schon zu sehen. Gucken ob wir da rein kommen. Oben sind schon die Fenster rausgekloppt. Oh, hier gehts hoch. Ich drehe mich mal rum. Hier gehts hoch. Gehen wir mal rein, gucken was es gibt. Ich drücke weg. Jesus, ich bin hier. So, ich bin hier. Amikor vor allem. Ich bin hier. 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 Oha. Das sieht ja aus. Alles offen, da ist die Tür offen. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Oh, ich muss die Lichter machen. Hier sieht's ja was. Hier sieht's ja alles. Oh, hier. Wow. Guck mal, was haben wir hier? Hier ist Treppenhaus. Da geht's in den Keller. Da gehen wir nachher und gucken. Hier. Guten Fernseher. Gute, gute. Oh, hier geht's hoch. So, gucken wir mal, ob er das sieht. Mal gucken, ich halte mal die Kamera da hoch. Da geht's hoch. Mal gucken, was es da oben zu sehen gibt. Oh, hier ist das Treppenhaus. Oh, hier riecht's. Eikalyptus. Hier so eine Inhalationskammer. Nicht schlecht. Ich drehe ihn mal rum. Das ist so eine Isolationskammer hier drüben. Äh, Inhalationskammer. Isolationskammer, ich spiele hier auch schon. Eikalyptus. Vorne war ein bisschen ein Verdampfer gewesen. Und dann stehe ich das nochmal. Hier ist nochmal dieser Verdampfer gewesen. Oh, ein Haufen Zeug. Ist ja der Wahnsinn. Badezimmer. Ich drehe ihn mal wieder rum. Ist ja der Wahnsinn, was hier liegt. Oh, was ist denn das da hinten? Heizung oder sowas? Könnte. Ich drehe ihn mal wieder rum. Ich drehe ihn mal wieder rum. Ich drehe ihn mal wieder um. Ich drehe ihn mal wieder rum. Ich drehe ihn mal wieder rum. so hier sind mal die minibars oh wow alter scheiter ach, ein solarium wie geil ist das denn? krasse Sache na gut, gehen wir weiter gucken, was es noch anders gibt wir kämpfen uns mal durch oh, hier siehts aus scheiße oh, wir brauchen noch was zum schreiben alles weißes Papier oh hohoho das ist krass der Schimmel weiter ja, Tatsache oh, die gute Fahrer ist ach, das ist ja gar nicht da kann noch was drin da kann noch was drin aber wer soll die abspielen? hat ja keiner mehr wieder gekauft ja, Tatsache weißt du, jetzt gehen wir mal rum gucken wie es oben aussieht auf gehts auf gehts hm 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 Das liegt alles bereit, schon wieder ein bisschen am Fieser. Hier bestimmt die Schüssel. Vor die Zimmer. Das sieht so aus. Gut, hier gehts nicht weiter. Guck mal, hier sind sie. Guck mal, da sind sie hier. Guck mal, die Zeitungsklemmer noch. Zum Zeitung einklemmen, zum Lesen. Gut, da gehts weiter hoch. Gut, da gehts weiter hoch. Gut, da gehts weiter hoch. Gut. Gut, da geht es weiter hoch. Gut, da geht es weiter hoch. Gut, da geht es weiter hoch. Hier ist nichts. Jetzt geht es wieder raus. So, hier sind wir auf die ganze Uhr angekommen. Ich weiß nicht, ob alles gerade nicht zerkloppt. Mal gucken, ob hier noch etwas Interessantes zu sehen ist. Ich darf mich wieder rum mit der O-Facette. Oh, hier hat jemand seine Schuhe verloren. Gruppe 7. Oh, hier sieht es ja auch was. Hier wird es interessanter. Oh, ist nützlich das doch. Das ist eine Dokumentation für Asma oder irgendwas. Oh, ein Feuerlöscher gezündet. Puh. Oh, hier ist ein Negativ. Guck hier, was zu sehen ist. Ich weiß nicht, was kann man erkennen. Ich weiß nicht, was kann man erkennen. Wow, hier. Die Gipshandtestour des Kühlschrankes. Kühlschrank. Oh, ist offensichtlich mehr drinne. Gut, wir müssen weiter gucken. Hier gibt es halt die Gipshandien. Die Ecke steht da. Das sieht ja auch interessant aus. Dachboden. Die grünen Wunderkerzen. Noch was drinne? Ne, ist gut. Hier geht es ja weiter. Alter Schalter. Hier sieht es ja alles heilige Scheiße. Das war bestimmt mal Lehrerzimmer und sowas gewesen hier. Mit der Glastür. Guck mal, das ist. Mhm. Alter, ist das Panzerglas? Ne, das ist einfach Glas. Oah. Alter Schalter. Oh, was liegt denn in der Achterbahn. Super cool. Alter Schalter. Alter Schalter. Boah, das ist ja ein bisschen krass, wie das hier auch hier sieht. Hier ist ein ganzer Raum voller Bücher. Hier sieht man es, wenn man sieht es. Schön. Ein bisschen festhalten hier, oder? Dass du nicht runter fliegst. Gibt es mal die Kamera hoch, oder? Ich krieg sie sehen, aber... Licht, was soll denn? Oh, nicht so, Uwe, andersrum. Gut. Jetzt haben wir nichts. Nichts zu sehen da oben. Dann kommen wir wieder runter. Ja, was? Ich weiß nicht, was sie da... Also, höchstens weiter, wenn der Hund halt da war und nach hinten ist. Dann könntest du Glück haben und sowas finden. Hä, du, hier waren so 20 Jahre vor uns zwei gewesen. Ja, sie, ja. Hier musst du nichts finden. Oh, hier sieht es ja auch wieder gut aus. Da hinten musst du mal gucken gehen. Ja. Ja. So grün. Nach den 90er Jahren kann das nicht gehen, oder? Ja. Geht's hier auf? Nee, ist zu. Guck mal, hier sind russische Medikamente. Irgendwas auf russisch. Und dann geht's hier nicht weiter oben. Ich geh aber nicht zu dicht dran, muss ich. Kann ich hier nicht verpickseln, so. Okay. Okay. Jetzt. Die haben kaltiert, welche geschlafen hundertprozentig. Jetzt gehts ab in den Keller. Hier stinkt es ganz schön. Wir gehen in den Keller. Jetzt gehen wir runter in den Keller. Hier sieht es ja schon aus. Die Fernseher liegen auch noch. Jetzt gehen wir runter in den Keller. Alter Schalter. Was hast du gefunden? Wo ist das denn? Hier. Was ist das denn so schön? Was ist das denn? Was ist das denn so schön? Was ist das denn so schön? Ach Tanja, die gute alte Registrierkase. Fetzig. 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 Hier ist auch noch was. Fetzig. 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 das sieht so aus, Leute Wahnsinn da steckt noch ein Riesenkopierer was das ist oh krasser Saar noch mehr Fernseher altes Telefon das ist die 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 Fischl Oh, noch ein VHS-Videorekorder Oh, scheiße So sieht man ein bisschen besser Anja hat ja immer ihre... Nicht immer, aber hat sie mal ihre... Überraschung Das Ziel könnte was von denen oben sehen Gut Gut Dann gehen wir mal drüben in den Keller gucken was da los ist Ja 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 Jetzt geht's in den Keller. Alter, Schalter. Krasse Sache. Oh, hier war die Stromversorgung. Was ist drin denn? Ne, leer. Ja. Alter Schalter. Nicht ganz so hell. So ist besser. Oh, eine Pumpe. Wasserpumpe. Scheiße. Oh. V.I.P. Elektrogeräte Powerpuff. Geile Scheiße. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Boah. Monstersicherung. Boah, alter Beiler oder irgendwas. Boah. Was ist denn das? No. Boah. alte Schalter So, hier ist die Schaltzentrale Oh, hier darf man nicht reinfliegen? Ja Gucken wir mal rein Oh, haben wir noch? Voll ausgestatteter Verbandskasten Hey, bloß nicht einfassen, sonst segelt das Ding ab Zuerst Das ist ja geil Speisegruppe nachspeisen, Kompott, Kürbiskompott Gemüse Rezeptkorn Rezeptkorn, fetzig Ah, hier ist der Notausgang gewesen Geide Scheiße Hier ist wieder die Kegelbahn Oh Ist ja fetzig Nach Seite nochmal gucken Krasse Sache Oh, Rückwärtsgang Wir gehen mal weiter gucken Oh, Vorsicht, Kopf einziehen Hier kommen wir in den Heizungsbereich Das ist ja geil Hier Noch ein Behälter Feuerlöser Gucken wir mal Letzte Prüfung Behälter innen geprüft 2003 Das ist aber auch schon lange her Das ist aber auch schon lange her Da ist noch Halonlöser, gucke Hier, genau Kohlendioxidhalon Bei einer Das ist einfach Ja, das ist ja auch. Aber das ist ein kleurelöser. Ja, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Oh, schöner alter Schleifbock. Oh, wow. Oh, wow. Warte, was hast du gefunden? Oh. Das hat ein Logo gegen Rooney. Energie Cottbus gegen Hertha WSC. Bundesliga-Taui. 2012 muss das sein oder was? Historisch. Oh, ich drehe mal rum. So sieht das besser. Alter Kohleofen, wie geil ist das denn? Oh. Oh, hier gelbes Gas. Gelber Hahn ist Gasheizung. Oh, so ist der Schornstein. Krasse Technik. Da oben geht's weiter. Guck mal, wie schwarz die ganze Decke ist. Irgendwann haben wir Kohle gefeuert. Weißt du, was die immer schon gehust hat? Ne. Oh, oh, schön. Wir gehen mal oben noch gucken, was oben los ist. Oh, hier geht's weiter. wir sind ja weiter. S�mer. Ooh. Wow. Hier ist eine Halslager, riecht ein bisschen wie ein Bunker. Was gibt es? Unboxing? Da ist nichts drin. Was willst du machen? Das ist Unboxing. Machst du mal reingucken in den Schubladen. Ich brauche einen Trommelwurm. Leer. Da ist nichts drin. Geht's raus. Achso, da geht's raus. Hier ist die ganze Heizungsverteilung. Hier ist die Beine. Passt einen Daumen da und seid für den nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.